Die Behörden gaben bekannt, dass russische Truppen versucht haben, nahe Fofschans Gelände zu gewinnen, das etwas mehr als 10 Kilometer von der russischen Grenze in der nördlichen Region Kharkiv in der Ukraine entfernt liegt. Das Dorf liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich der Stadt Kharkiv, die auf der unten stehenden Karte hervorgehoben ist. Versucht Russland also, eine neue Front zu eröffnen? Bevor wir auf die aktuellen Ereignisse eingehen, müssen wir verstehen, was in Kharkiv passiert. Die Ukraine hatte zuvor russische Truppen fast vollständig aus der Region im Jahr 2022 vertrieben und seitdem die Kontrolle darüber behalten. Es gab häufige Raketenangriffe in der Region, aber seitdem hat es keine größeren Bodenoffensiven gegeben, berichtet Sky News. Aber die Rhetorik hat sich in den letzten Monaten verschärft, als der russische Präsident Wladimir Putin Russland aufgefordert hat, eine Pufferzone zwischen ihm und der Ukraine innerhalb des ukrainischen Territoriums zu schaffen. Als Region, die an Russland grenzt, wurde Kharkiv natürlich als potenzielles Ziel identifiziert, und berichten zufolge hat Moskau Truppen aus dem Osten verlegt und sie nach Norden gelenkt. Einige Analysten haben vorgeschlagen, dass dies eine neue Front eröffnen könnte, um bedeutende Fortschritte zu ermöglichen, während andere spekuliert haben, dass die Aktion an der Grenze Kiew ablenken und die Armee etwas zerstreuen könnte. Der heutige Vorstoß Ukrainische Beamte berichten, dass um 5 Uhr morgens heute russische Truppen einen Überraschungsangriff nahe Fofschans gestartet haben, nur etwa 10 Kilometer von der Oblast Belgorod entfernt. Um 5 Uhr morgens gab es einen Versuch des Feindes, unsere Verteidigungslinie unter dem Deckmantel gepanzerter Fahrzeuge zu durchbrechen, sagte das ukrainische Verteidigungsministerium. Bisher wurden diese Angriffe zurückgeschlagen, Kämpfe unterschiedlicher Intensität dauern an, sagten sie. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj betonte, dass die ukrainischen Truppen gut auf den Angriff vorbereitet waren, berichtet Telegraphy. Nach einigen Berichten wurden Verstärkungen geschickt und die Kämpfe dauerten auch am Nachmittag an. Der Bodenangriff wurde von einem intensiven Artilleriebombardement begleitet, sagte der Gouverneur der Region. Vitali Ganschev, ein von Russland in der Region Kharkiv eingesetzter Beamter, sagte in der App Telegram, dass es Kämpfe an einigen Teilen der Kontaktlinie, einschließlich der Grenzgebiete, gebe und forderte die Bewohner auf, vorsichtig zu sein und Schutzräume nicht ohne dringende Notwendigkeit zu verlassen. War er erfolgreich? Berichte deuten darauf hin, dass das russische Militär bis zu einem Kilometer gesichert hat, während die Anwesenheit ukrainischer Verstärkungen darauf hinweist, dass die offensive Aktion Russlands möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Was versuchte Russland zu erreichen? Quellen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass Russland versuchte, bis zu zehn Kilometer vorzurücken, um diese oben erwähnte Pufferzone zu schaffen? Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Das Offensichtlichste ist, zu helfen, die häufigen Drohnen und Raketenangriffe der Ukraine in der russischen Region Belgorod zu stoppen. Andere schließen die Eröffnung einer neuen Front ein, um die Ukraine abzulenken, oder bieten Russland einen neuen Weg im Land an. Die intensiven Bombardierungen zwangen zu massiven Evakuierungen in der Region, die Teil einer russischen Strategie sein könnten, um die ukrainischen Behörden zu untergraben und Ressourcen abzuziehen.